Hallo Beats Yeah, RPB, erste Runde, no shit, dass ich dich bekomme, ist echt viel mehr als Losglück Ja, dein Leben wirkt ja schon ziemlich eh und wie du im Video rumzuckst, ist ja besorgniserregend Also wär's nett, wenn du von mir ein paar Props kriegst, ey, immerhin war eine ganze Zeile on Beat, das war's auch, du bist safe, nicht besser und ich hoffe deine Quali war dein allererster Rapversuch, nennst uns Bedeutungslose, du wirst uns ja glatt ermorden Von nem V-Opfer sind das ja wirklich starke Worte, nur was ich danach nicht check, dass du danach meinst, du wärst ja viel besser, Capella, aber glaub ich, ey, da regelst du das, denn dann sind die Lines nur record, nicht mehr neben dem Takt Ja, Bitch, für dich ist gleich vorbei, aber du nimmst mir nichts außer meine Zeit, ja sagst du, dass der Gegner wird nicht mehr im Leben sein guck auf die Paarung und dann sag mir das nochmal und du merkst, hier passiert ja schon das Gegenteil denn wer hier gewinnt, ist doch klar sagst du, dass der Gegner wird nicht mehr im Leben sein guck auf die Paarung und dann sag mir das nochmal und du merkst, hier passiert ja schon das Gegenteil wer hier gewinnt, ist doch klar, ja Das war's für heute.